Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute Transfervorschläge für Werder Bremen, Wunschtransfers zum einen von der Community, drei Wunschtransfers von der Community habe ich euch mitgebracht und drei Transfervorschläge mit Scouting-Tool vom lieben Christian vom Stammtich. Ganz liebe Grüße an der Stelle schon mal, hat sich ganz viel Mühe gemacht, hat drei Spieler rausgesucht. Ich habe seine drei Spieler genauso mit reingenommen, wie er sie mir, die praktisch auch geschickt hat und werde euch dazu dann ein, zwei Sachen auch einblenden. Ihr könnt mir mal gerne euer Feedback reinschreiben, wie ihr das heute findet, dass ich dann jetzt in dem Fall zum Beispiel drei komplett aus der Community genommen habe und drei von jetzt in dem Fall Christian vom Stammtich. Wenn eure Transfervorschläge hier nicht dabei sind, schreibt die gerne in die Kommentare rein, die werden mit Sicherheit dann auch in der nächsten Folge auch mal landen und ihr könnt mir gerne auch, wenn ihr eben auch sagt, guck mal, ich kenne den Spieler vielleicht jetzt nicht vom Sehen her, aber ich habe mir sein Scouting-Profil angeschaut, ich habe mir ein paar weitere Stats dazu noch rausgesucht gehabt und habt euch das eh offen und ihr wollt mir das schicken, dann könnt ihr das gerne machen und dann können wir diese Spieler natürlich auch gerne hier mit reinnehmen, muss natürlich vielleicht nur irgendwie machbar sein, aber hier und heute war ja auch ein bisschen die Rede von Wunschtransfer, wobei ich sogar sage, ich glaube, dass wir hier keinen drin haben, wo ich sage, boah, geht auf gar keinen Fall. Vielleicht einen, wo ich sage, wird schwierig. Schauen wir gleich mal, was ihr dann sagt. Ihr könnt gerne direkt zu Beginn ein Däumchen da oben dalassen, gerne ein Abo dalassen, dann seht ihr schon hier, Nico macht langsam EM-Stimmung. Morgen geht's los, 21 Uhr ist das erste Spiel von Deutschland. 19.30 Uhr komme ich live auf KNIFE, ganz wichtig, auf dem KNIFE-Kanal. Der ist auch hier bei Kanäle verlinkt und so weiter und so fort, findet ihr überall eigentlich, sonst schreibt mir nochmal, wenn ihr den noch nicht abonniert habt. Da bin ich live und werde auch ein originales Deutschland-Trikot für euch schon raushauen, live im Stream, unterstützt von meinem Partner Millioncast, an der Stelle Knutscher nochmal. Könnt ihr natürlich gerne dabei sein und dann euer Trikot auch absahen. So, bevor wir dann loslegen, letzte Info. Mein Kanal wird natürlich erster Kommentar in der Video, erster Kommentar und meine Kommentare auch wieder sein, werde ich anpinnen, meinen neuen Kanal, meinen Fußballkanal, denn am Wochenende geht's los und das ist natürlich jetzt gerade nochmal wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Wir sind schon fast bei 600 Abonnenten, das ist der Wahnsinn, ohne ein Video. Knutscher an der Stelle. Für euch nochmal als Community, Frage von mir an die Community, welche Farben sollen wir hier machen? Ich habe jetzt so dieses lila-mäßig eingestellt, hat einen leichten Hauch von Pink, ist aber hier offiziell bei lila drin. Ist die Frage, sollen wir das nehmen als Farbe bei der EM? Weil blau, gelb, tue ich mir schwer mit, da denke ich irgendwie auch ein bisschen an HSV. Und was machen wir hier bei der Schrift? So, ihr könnt gerne Farben mal reinschreiben. Dann fangen wir jetzt erstmal an mit dem ersten Kandidaten, den wir hier mitgebracht haben von der Community. Und diesmal ist es ein Außenverteidiger, beziehungsweise jemand, der auch im linken Mittelfeld, also davor spielen könnte, rein theoretisch, aber eben auch für die linke Schiene, wäre dann tatsächlich sogar qualitativ, höchstwahrscheinlich vor Agu und dem Mann, also Kategorie Stammspieler, ablösefrei, Bundesliga erfahren, in dieser Saison 25 Partien gemacht, drei Tore, fünf Vorlagen, Marktwert derzeit bei 5 Millionen Euro, aber sein Höchstmarktwert bei 14 Millionen Euro, ist mit 28 im besten Fußballeralter und ablösefrei. Die Rede ist von Robert Sko. Wurde mir einige Male reingeschickt, haben wir gestern im Livestream auch schon mal mit reingepackt gehabt. Ist einer der wenigen Kandidaten, ich glaube der einzige Kandidat, der einzige Kandidat, der gestern im Livestream war, ja, der einzige Kandidat, aber er wurde so oft reingeschickt, dass es einfach nicht fair wäre, wenn ich den jetzt nicht mit reingenommen hätte, weil sich den eben viele wünschen. Ich sage an der Stelle, wir haben auf der linken Schiene nicht unbedingt gerade Bedarf, wenn wir Agu langfristig binden und ihm das Vertrauen geben wollen, was ich mir sehr wünschen würde, haben wir mit Agu und dem Mann eine gute Doppelbesetzung auf der linken Schiene. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt jemanden. Und auf dem linken Flügel ist mir sogar Sko ein Tick zu defensiv, muss ich sagen. Ich sehe ihn dann doch viel eher als Schienenspieler als dann doch als, ja, wie heißt es, Flügel. So, jetzt aber, da sehe ich dann wirklich deutlich eher auf dem Flügel unseren Marco Güll, unseren Neuzugang Marco Güll oder eben auch Jimma könnte ich mir vorstellen, Roman Schmid könnte ich mir vorstellen oder einen ganz anderen Neuzugang, aber Sko wäre mir da zu defensiv. Für die Schiene mit Sicherheit sogar Startelf-Charakter, aber da würde ich das Vertrauen an Agu und dem Mann eher festhalten. Trotzdem guter Vorschlag und vor allen Dingen, wie gesagt, auch ablösefrei. Der nächste Vorschlag ist ein Spieler, der wurde schon einige Male sogar mit uns in Verbindung gebracht, ihr werdet es gleich sofort auch merken, hat in der vergangenen Saison in der österreichischen Bundesliga von 32 Spielen 28 Spiele gemacht, zwei Tore erzielt, hat in der Europa League sechs Spiele gemacht, hat in der Conference League vier Spiele gemacht, da sogar zwei Vorlagen gemacht. In der Champions League Quali hat er zwei Spiele gemacht, alle beide fahre einfach an. Und auch im Cup hat er fünf Spiele gemacht, ein Tor, eine Vorlage. Die Rede ist von einem Spieler, der derzeit mit Trapsanspor und Gladbach in Verbindung gebracht wird. Sein Name, kennt ihr alle, David Affengruber, hat einen 4 Millionen Marktwert und sein Vertrag läuft ebenfalls aus. Sehen wir dann auch hier oben zumindest schon mal Vertrag bis 30.06.2024. Wird ablösefrei, 23 Jahre jung, spielt damit sehr, sehr viel Potenzial nach oben noch. Dann interessant, wenn einer geht bei uns. Also nehmen wir mal an, ein Milos Veljkovic, ist jetzt random, einfach jetzt mal als Beispiel, würde den Verein verlassen, wir würden fünf Millionen kassieren und würden David Affengruber ablösefrei verpflichten, dann wäre das ein sehr, sehr guter Transfer. Ein Transfer, den man auf jeden Fall machen kann, den man beobachten sollte. Man sollte allgemein Affengruber auch beobachten an der Stelle. Könnte ich mir dann zum Beispiel vorstellen, in der jetzigen IV, also in der Personalie, wo wir eben auch, so wie wir gerade aufgestellt sind, kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich weiß allgemein nicht, weil wir suchen ja auch noch einen kreativen, offensiven Mittelfeldspieler, wie du in der Dreierkette mit Flügeln spielen möchtest, aber nur mit zwei Mittelfeldspielern und dann im Mittelfeld weitersuchst. Eigentlich, ja, also ich hoffe langfristig, dass wir irgendwann auf die Viererette gehen werden. Deswegen hoffe ich eigentlich nicht unbedingt auf nochmal sechs Innenverteidiger gefühlt. Wir sind da in der Breite eigentlich gut besetzt. Wenn aber jemand geht, dann ist das mit Sicherheit ein Kandidat, wo ich sage, Ja, kann man auf jeden Fall machen, David Affengruber. Ihr merkt schon, ich nehme gerade die drei an von der Community, weil die anderen drei ein bisschen, wie soll ich sagen, da musst du mal mehr zu sagen. Das ist auch ein Scouting-Profil, der ich dann immer mit drinne, was ich dabei habe. Werdet ihr dann gleich sehen. Deswegen gehen wir erstmal die drei, die ich aus der Community rausgesucht habe. An der Stelle auch nochmal aufmerksam kurz drauf machen. Ihr könnt mir natürlich immer eure Vorschläge auch schicken, sei es bei Instagram, sei es über den Discord-Server, wie ihr mögt. Aber im Idealfall halt, ja, mir irgendwie Bescheid sagen, wo ihr mir das gesendet habt, damit ich die Nachrichten auch finde oder halt auf dem Schirm habe. Das wäre dann immer ganz gut. So, nächsten Spieler, den wir hier am Start haben, ist ein Spieler, wo ich sagen würde, blind. Absolut kannst du machen, kannst du absolut machen. Also, wahrscheinlich sogar Stammspieler. Problem ist, ich sehe auf seiner Position Zene Lünen relativ gesetzt und er ist vom Spielertypus eher so ein Brecher-Zweikämpfer-Typ, als ein reiner, also der das Spiel auch öffnet. Er kann auch einiges am Ball. Er wurde auch schon oftmals verglichen, so als ähnlicher Spieler wie Kone bei Gladbach. Da ist da übrigens auch immer wieder in den Gerüchten drin gewesen, das kann man auch schon mal sagen. Er wurde immer wieder genannt, das letzte Mal erst im Winter, da ist er mir auch aufgefallen. Deswegen finde ich es ganz gut, dass er als Vorschlag kommt, weil ich, wie gesagt, ich habe ihn sowieso auch mal ein bisschen beobachtet gehabt. Ich finde ja die Gladbach-Transfers auch immer ganz interessant oder allgemein bei unserer Konkurrenz. Und bei Gladbach war Ende Dezember, hieß es, wenn Kone geht, könnte man ihn holen. Er ist 26 Jahre jung, 6 Millionen Mark, wird 1,93 groß, ist in Frankreich geboren, spielt aber für die Nationalmannschaft von Mali. Er hat auch sein erstes Länderspiel schon gemacht. Sein Vertrag läuft aus, ablösefrei. Sein höchster Markler bei 8 Millionen, derzeit bei 6 Millionen. Sehr guter Vorschlag, Ibrahima Sisoko. Und Sisoko, da ist aktuell ein bisschen Ruhe. Also wenn wir mal hier so auch lang gehen, auch hier keine Gerüchte drin. Wenn man auch mal schaut, bei Ibrahima Sisoko kommen die letzten Gerüchte, sind glaube ich sogar die zu Gladbach. Wo ich ihn damals auch schon mal auf dem Schirm hatte, wie gesagt. Ist für mich allerdings, das muss ich jetzt einfach mal sagen, der ist für mich eher Kandidat 6er. Also wirklich, du kannst ihn mit Sicherheit auch auf der 8 spielen, steht er auch hier. Aber ich sehe ihn sogar wirklich eher defensiver noch ein bisschen. Und ich hätte so ein bisschen die Angst, dass wir da so zweimal Typus Alvero haben. Versteht ihr, was ich meine? Dann eher auf Alvero setzen. Ich finde ihn trotzdem super interessant. Nehmen wir mal an, seine Lünen würde auf einmal 10 Millionen Angebot bekommen. So, dann ist die Sokko ein Kandidat, wo ich sage, ui, hör mal zu hier. Ne, aber sonst, ich weiß es nicht, weil wir gerade erst Alvero geholt haben, ob das so ein guter Call dann wäre. Im Allgemeinen vom Spielerprofil her, auf jeden Fall sehr robust, zweikampfstark, technisch trotzdem einiges drauf. Müsst euch mal ein paar Clips von ihm auch reinziehen, gibt es da auch einige oder auch Scoutingprofile anschauen. Das deutet auch alles auf 6, da kriegst du nicht 8 dahin. Wobei ich schon eher sagen würde, eher zu Richtung Defensive. Also eher im defensiven Mittelfeld als auf der 8, so meine Einschätzung. Super Spieler, hätte ich die letzten Jahre auch immer genommen eigentlich bei Werder. Aber tatsächlich jetzt nach der Alvero-Verpflichtung weiß ich es nicht wirklich. Für mich Alvero natürlich eher auf der 8, aber dann eben mit einem spielaufbauenden Sechster wie Senni Lünen. Wenn du Danzi Sokko hast, weiß ich es nicht. Und trotz dessen Spieler, wo du auf jeden Fall zumindest mal drüber schauen musst, ob es eventuell passen würde. Also auch hier muss man sagen, guter Call, sehr guter Vorschlag. Knutsche auch an die Leute, die es Sissoko reingeschrieben haben. Wie gesagt, ablösefrei im Sommer. Jetzt fangen wir mit Christians Vorschlägen an. Und wir gehen zum Ersten. Er hat natürlich extra Spieler genommen, die super schwierig im Aussprechen sind. Ist klar. Danke an Christian an der Stelle. Erster Spieler heißt, nee komm, ich sage noch nicht den Namen. 26 Jahre alt. Ist in Athen geboren. Spielt aber für die Niederlande. Niederlande U21 bis jetzt. Also nicht für die A-Mannschaft gespielt. 1,80 groß. Marktwert nur 1,8 Millionen Euro. Hat sie vergangene Saison in der R-Devise gespielt. Und von 34 Spielen 31 Spiele gemacht. Nach zwölf Toren und vier Vorlagen dazu beigesteuert. Also 16 Scorer. Und hat auch im KNVB-Bäcker, was auch immer das. Ich glaube, das ist von seinem Ex-Klub vielleicht oder Pokal. Vier Spiele, drei Vorlagen auf jeden Fall gemacht. Sein höchster Marktwert war bei 3 Millionen. Und er war zuletzt verletzt. Wie groß jetzt seine Verletzung ist, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Oder wie groß die jetzt war. Er hatte auf jeden Fall eine Knieverletzung. Und er fällt seit 41 Tagen aus. Kann aber sein, dass er auch bald wieder fit ist. Das steht jetzt in den Stern. Problem, was ich bei ihm so ein bisschen sehe, ist, er hatte auch schon Kreuzbandriss. Er hat öfters schon Oberschenkelprobleme gehabt. Also seine Problematik um die Knie rum, die ist schon häufiger bekannt. Und trotz dessen, wenn er gespielt hat, hat er auch gute Stats vorzuweisen. Aber ist natürlich immer so eine Sache bei so einem Spieler. Ja, jetzt zeige ich euch den Spieler erstmal. Das ist der Spieler, Kai Sierruis. Irgendwie so heißt er. Ist ein Neuzugang dort. Ist wie gesagt, aktuell fällt er halt aus mit einer Knieverletzung. Jetzt gibt es aber ein Scouting-Profil von ihm. Und das ist jetzt hier irgendwo eingeblendet für euch. Und ich lese euch vor, was Christian zu ihm zu sagen hat. Das ist natürlich dann auch nur fair, wenn ich das auch mache. So, gesucht wird ja ein zentraler Stürmer, der jetzt nicht zwingend hinten mitspielen können muss. Und dafür mehr Präsenz in der Box hat. Er sollte Erfahrung haben, Tore gefahren und eine gewisse Reife. Zumal soll es ja kein 15-Munden-Stürmer sein, der vielleicht Keke direkt vor die Nase gesetzt wird. Wobei ich da glaube ich tatsächlich, also ich glaube wirklich, dass wir einen Stürmer-Kecke-Top vor die Nase gesetzen werden, der Kategorie-Stammspieler-mäßig ist. Also 5 Millionen plus glaube ich schon eher dran. Und Keke-Top dann für die nächsten Jahre. Also dass er dann der direkte Backup wird, Stürmer Nummer 2 wird. Aber schon, dass eine klare Nummer 1 noch geholt wird für den Sturm. Aber ja. So, er hat ein sehr starkes Kopfballspiel. Super Abschluss, starke Direktabnahmen. Kann Bälle festmachen und ist schneller als Dux und geht in mehr Zweikämpfe. Im richtigen Team und Setting schießt er 15 Tore plus diese Saison. Denn der Typ darf im Strafraum einfach nicht an den Ball kommen. Sonst wird es gefährlich. Das auf jeden Fall mal die Einschätzung vom lieben Christian zu dem guten Kai hier an der Stelle. ist der erste Spieler, den wir hier durch Christian oder den, der den Christian hier mitgebracht hat. Als nächstes gehen wir zu einem Spieler, der tatsächlich, boah, ich weiß gar nicht, ob der sogar schon mal bei uns genannt worden ist. Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Könnte ich jetzt wirklich gar nicht sagen, ob der schon mal irgendwie dabei war. Der hat auf jeden Fall eine deutlich kleinere Verletzungshistorie. Eigentlich fast gar keiner, immer nur zu zwei Spielen ausgefallen. Das ist schon mal gut. 23 Jahre jung, Belgier, Linksverteidiger, linke Schiene, linker Flügel, kann er alles spielen. 1,82 groß, Marktwert derzeit 9 Millionen Euro. Hat in der vergangenen Saison in der belgischen Liga 27 Spiele gemacht, zwei Tore, sieben Vorlagen. In der Conference League zehn Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen. Im Cup ebenfalls zwei Spiele. In der Quali sechs Spiele, ein Tor, drei Vorlagen. In der Jupiter Pro League Champions Playoff. Hat er zehn Spiele gemacht, ein Tor und ebenfalls drei Vorlagen wieder. Sein Vertrag gilt noch bis 2026. Die Rede ist von Maxim de Kuyper. Hier wieder die Frage, als was würde man ihn denn holen? Rein vom Ding her. Dazu lesen wir uns aber natürlich gleich auch durch, was Christian denn zu ihm zu sagen hat, warum er ihn denn vorgeschlagen hat. Bei mir ist es jetzt wieder ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe. Mit dem Mann und Ago, wenn du auf die setzt, dann musst du eigentlich auf der linken Seite nichts machen. Spielt auch für die belgische Nationalmannschaft. Ist so ein bisschen eher der Konkurrent oder auch ein Spieler, der da auf der gleichen Position spielt wie Olivier de Man, muss man hier sagen. Und wir blenden die Kuyper jetzt mal ein. So, da habt ihr wieder das Scouting-Profil, was ich eben hier für euch eingeblendet habe irgendwo da. und dann lese ich euch mal vor. Seit letztem Jahr schon meine Außenverteidiger-Wunschlösung ist Maxim de Kuyper. Mittlerweile ist er etwas teurer, aber ich wollte ihn dennoch mal vorschlagen. Falls man durch Abgänge einen bockstarken Außverteidiger-Lösung haben möchte, ist teuer, aber kann sich richtig lohnen. Stärken, Passspiel, Flanken, Positionsspiel, Offensiv, Antizipation, Schmechen, Physis, Verteidigen gegen agile Verteidiger. Also eher gegen so robuste Leute, da setzt er sich besser durch. Alternativ wäre Alex Walle. Ist deutlich jünger und erfahrener, aber auch defensiver und mehr für eine Vierkette geeignet als die Kuyper. Die Kuyper ist eher für eben, wie heißt es, für eben Schiene. So, die Kuyper kann auf der linken Seite im Prinzip alles spielen. Rein vom Ding her. Ja, ist natürlich eine super teure Lösung. Vertrag bis 2,26. Ich glaube, den kannst du gar nicht groß drunter kriegen. Selbst wenn du ihn für 8 Millionen bekommst, sehe ich tatsächlich in unserem aktuellen Kader für 8 Millionen andere Transjär-Lösungen als besser. Also, 8 Millionen würde ich dann doch eher für einen zentral-offensiven Mittelfeldspieler gerne ausgeben oder auch für einen Stürmer als jetzt für den nächsten Links-Außen-Derteidiger. Aber, ich sage auch, es ist natürlich, und da gebe ich Christian vollkommen recht, wenn du einen gesetzten Stammspieler auf links holen willst und Argo auf rechts planst, ja, also Argo als Backup für Weiser, der dann rangeführt wird, und links einen komplett stabilen Stammspieler holen willst, dann ist natürlich, Maxim de Kuyper wäre eine super Lösung, aber eben auch eine sehr teure Lösung. Dann kommt der letzte Spieler, ist ein Spanier, 20 Jahre jung erst, 2,5 Millionen Mark wert, derzeit unter Vertrag bei Celta Vigo, hat in der La Liga 17 Spieler gemacht, eine Vorlage. In der Copa del Rey hat er drei Spiele gemacht und in der Primera irgendwas hat er auch ein Spiel gemacht. Primera Federation, irgendwie so, auf jeden Fall. Im zentralen Mittelfeld ist er aufgehoben, hat einen Marktwert von 2,5 Millionen und die Rede ist von Hugo Sotelo. Hugo Sotelo, so heißt der gute Mann. Und wir schauen uns wieder an, was Christian zu ihm zu sagen hat. Er hat natürlich auf jeden Fall ein Bild hier, wo ich sage, was haben die denn hier für ein Bild von dem genommen? Also auch nochmal kurz hier für euch. Schaut euch das mal an. Zoom da mal ran, ist ja der Wahnsinn. Mit so Augen halb nach oben kann man auf jeden Fall auch sympathischere Bilder nehmen. Transfermarkt auf die 1 an der Stelle. So, jetzt machen wir mal folgendes. Achso, warte mal, ich blende euch natürlich erstmal wieder das Scouting-Profil ein vom guten Hugo Sotelo. Und dann lese ich euch vor. Achter, der das Spiel denkt und lenkt. Und das sogar schon mit 20. Extrem ballsicher und passsicher. Kann alles von langen Diagonalbällen, kurze Flaggbässe, Steckbässe, Lupfer etc. Alles mit einer beeindruckenden Genauigkeit. Timing und Kraft für sein Alter bewegt den Ball gut nach vorne. Mega Übersicht. Schwächen, defensives Stellungsspiel, Bälle abfangen, Zweikampfführung macht zwar viele, aber leider ist seine Quote nicht so stark. Und sein Abschluss. Neben Lünen könnte er weiter aufblühen. Leider ist die Konkurrenz stark. Barca ist wohl auch interessiert. Zudem wird es nicht einfach sein, ihn von Celta loszueisen, da er aktuell andeutet, verlängern zu wollen. So, trotz dessen ein Spieler, der wohl sehr eben interessant ist. Hugo Sotelo. Ja, junge Spanier, junge Talente sowieso immer interessant. Zentrales Mittelfeld ist tatsächlich sogar eine Position, wo ich prinzipiell sage, vielleicht kann er ja auch ZOM dann spielen. Von seinem Profil hört es ja gar nicht mal so verkehrt an. Oder eben auch, wenn jetzt eben ein Leo Bittencourt geht und du halt einen weiteren Achter holen willst, dann ist natürlich auch so ein junges Talent sehr interessant. Vor allen Dingen dann mit unserer neuen Transferstrategie, wo wir ja eben auch nach jungen Talenten schauen wollen. Ich kenne ihn persönlich gar nicht, hatte ihn vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also das war für mich jetzt ein komplett neuer Name. Aber ist halt für mich auch so, der macht jetzt gerade seine ersten Profischritte. Und da müsste man dann eben schon wirklich dieses Wagnis in Talenten gehen. Und dann ist die Frage, für wie viel holst du dann so einen Spieler? Wenn jetzt Zeta Vigo sagt, ja okay, der darf erst für 5 Millionen gehen, dann glaube ich, gibt es dort wesentlich bessere Lösungen als ihn jetzt speziell, ohne groß zu wissen, wie er jetzt drauf ist. Problem hierbei ist ja auch noch, dass wir auch Hansen immer noch haben. Die Frage ist, wo ordnen wir den zu? Falls wir jetzt nicht mit einem Zehner spielen, muss Hansen entweder auf dem Flügel raus oder diesen offensiven Achterpart spielen, den auch Hugo Sotelo dann spielen würde. Rein theoretisch. Das waren auf jeden Fall die drei Vorschläge von Christian aus dem Stammtisch und die drei Vorschläge aus der Community. Welche Vorschläge fandet ihr besser? Was fandet ihr gut? Was fandet ihr nicht so gut? Und gerne eure Vorschläge unten rein. Und dann werde ich natürlich auch die Tage wieder das nächste Video mit diesem Format bringen. Und freue mich da schon sehr drauf. Auf euer Feedback. Hier nochmal die Info. Morgen sind wir live bei KNIFE und werden eben den Deutschland-Stream machen. Ein originales Deutschland-Trikot raushauen aus dieser Saison. Also das Weiße von den Neuen, das Weiße werden wir raushauen. Und ihr könnt mir gerne nochmal reinschreiben, was wir hier für Farben machen sollen für die Deutschland-Streams. Ich werde übrigens auch nicht alleine streamen. Alex von Millioncast kommt mich besuchen. Und am Sonntag, denke ich dann, kommt die erste Fußball-Challenge von mir online auf meinem neuen Kanal. Den ihr, wie gesagt, auch gerne, gerne abchecken könnt. 565 Abonnenten haben wir gerade. Also vielleicht schaffen wir ja die 600 Abonnenten mit diesem Video sozusagen. Und ja, dann vergesst nicht, Kugelbilds abzuchecken. Die haben neue Käppis, neue Formen, alles drin. Vielen lieben Dank da auch nochmal an Ailton und auch an Niklas. Auch für meine Frau haben die nämlich eine geschickt. Guckt mal hier. Und auch die hier, die finde ich auch sehr geil in grün. Ist auf jeden Fall tippitoppi. Und die, die trage ich auch sehr, sehr oft. Das seht ihr ja auch schon. Und genau, deswegen da auch mal einfach, das ist unbezahlte Werbung. Einfach vor mir jetzt, wo ich sage, wo ich zu euch sage, ey, schaut da gerne mal vorbei. Kugelbilds die Marke. Auch übrigens für die Leute, die damals ihre Größe nicht gefunden haben. Die haben jetzt auch XL und so weiter. Also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, ich bin jetzt erstmal raus. Danke an alle, die gestern auch beim Livestream dabei waren. Die wüssten dann auch schon, wann das hier verlost wird und wie das Ganze verlost wird. Ja, und an alle anderen. Viel Spaß beim Livestream Nachgangschauen. Ciao, ciao.